Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder auch einen Daumen nach oben oder natürlich auch ein Follower bei Spotify, denn heute gibt es die Review für Leon Edwards vs. Belay Mouhamad. Und ich muss sagen, solche UFC Fight Nights hat es selten gegeben, denn das Event endete nicht nur mit einem, ja, mit keinem wirklichen Ergebnis, sondern es startete ja auch mit keinem richtigen Ergebnis. Wir hatten im ersten Fight Eric Anders vs. Darren Stewart, dort gab es ein illegales Knie, dieselbe Geschichte wie bei Pjotajan gegen Elgerman Sterling und dementsprechend war das ein No-Contest. Spannend zu sehen, dass das hier ein No-Contest ist und Jan vs. Sterling war eine Disqualifikation. Herb Dean, der Referee in diesem Fight, hat natürlich auch darauf beharrt, dass diese Entscheidung, ob man jetzt weitermachen kann oder nicht, allen voran beim Arzt liegt. Er wollte diese Verantwortung auf den Arzt übertragen, was auch vollkommen richtig ist. Der Arzt sollte entscheiden, wie es aussieht. Der Arzt sollte diesen Kämpfer kurz untersuchen. Ich meine, klar, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, unter anderem die Pupillen sich anschauen und so weiter und dann entscheiden, wie es aussieht. Auf jeden Fall ist es ein No-Contest, bedeutet, keiner von beiden hat einen Sieg, keiner von beiden hat eine Niederlage, sondern hat jetzt ein No-Contest im Record. Dann hatten wir ganz verschiedene gute Fights. Wir hatten einen Dan Iger gegen Gavin Tucker mit einem sehr, sehr schnellen K.O. Manel Kape, von dem viele dachten, das ist so the next big thing, der leider eine Split-Decision verloren hat, weil er dann doch nicht loslassen kann, weil er prinzipiell dieses Skillset hat, aber dieses Skillset nicht zeigen kann. Im Co-Man-Event hatten wir Ryan Spann, er hat Mischa Zirkunov besiegt und vor einiger Zeit galt Mischa Zirkunov noch als das große Talent oder der nächste große Fighter im Light Heavyweight. Aber irgendwie findet er nicht wirklich seinen Rhythmus. Auch diesen Kampf hat er verloren und dasselbe war ja auch schon in seinem Kampf gegen Johnny Walker der Fall. Prinzipiell ist auch hier dieses Skillset da, aber es reicht irgendwie dann doch nicht am Ende des Tages. Und Leon Edwards gegen Belal Muhammad, was soll man sagen? Es gab diesen Eye-Poke zum Ende des Kampfes hin und die Frage ist immer klar, war das jetzt Absicht oder nicht? Kann man nicht sagen. Belal Muhammad, sein Auge sieht auch schrecklich aus, muss man dazu sagen. Dem sein Auge sieht schrecklich aus. Er hat ein Foto gepostet, er hat gezeigt, wie es aussieht. Ey, dass er damit nicht weiterkämpfen konnte, waren wir dann auch bewusst. Beide hätten weitermachen wollen. Die erste Runde ging an Edwards. Leon Edwards sah gut aus in der ersten Runde, aber eins ist klar, damit hat er sich jetzt weder Freunde gemacht, noch hat er sich einen Titelfight verdient. Also entweder wir buchen jetzt Edwards gegen Kobe oder wir buchen Edwards gegen Muhammad 2 oder wir buchen Kobe Covington einfach direkt gegen den Champion Kamara Usman und ansonsten schauen wir mal, wie es mit Leon Edwards weitergeht. Schön, dass er wieder da ist. Ich glaube, nach knapp zwei Jahren und ja, aber ist halt ein ärgerliches Ende. Ist einfach dumm in meinen Augen. Schade auch für die UFC. Sie hatte zwei unnötige Abbrüche, zwei unnötige Enden in dieser Fight Night und schade auch für die Fans, einfach weil es auch von Anfang an nicht die bestbesetzte Fight Night aller Zeiten war. Wie dem auch sei, das war es auf jeden Fall zu Leon Edwards vs. Belal Muhammad. Wie war eure Meinung? Wie fandet ihr das Event? Schreibt es unten rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.